Schritt 1. Reinigen Sie den Bildschirm mit WipesWed Nr. 1. Schritt 2. Trocknen Sie den Bildschirm mit WipesDry Nr. 2. Schritt 3. Verwenden Sie den Dust Absorber, um Staub auf dem Bildschirm aufzunehmen. Schritt 4. Ziehen Sie den Tab 1 Film ab. Schritt 5. Platzieren Sie die Bildschirmschutzfolie auf dem Bildschirm und richten Sie sie richtig aus. Wenn Sie die Folie nicht richtig ausrichten konnten, ziehen Sie diese nach oben und positionieren Sie diese gut. Schritt 6. Drücken Sie die Schutzfolie mit dem Rakel. Schritt 7. Ziehen Sie den Aufkleber ab, legen Sie den schwarzen Schaum auf den Schreibtisch und stellen Sie das Telefon auf den schwarzen Schaum. Schritt 8. Ziehen Sie Tab 2 nach oben und drücken Sie mit dem Rakel auf die punktierte Linie an der Oberseite des Telefons. Schritt 9. Ziehen Sie Tab 3 nach oben und drücken Sie mit dem Rakel auf die punktierte Linie an der Unterseite des Telefons. Schritt 9. Ziehen Sie Tab 3 nach oben und drücken Sie mit dem Rakel auf die punktierte Linie an der Unterseite des Telefons. Schritt 10. Verwenden Sie den Rakel, um die Blasen hinter der Displayschutzfolie auszupressen. Schritt 11. Ziehen Sie den Tab 4 Film ab. Schritt 12. Drücken Sie die Bildschirmschutzfolie mit Ihrem Daumen sanft an den Rand des Handybildschirms. Stellen Sie sicher, dass der Bildschirmschutz gut haftet. Schritt 13. Verwenden Sie das Mikrofasertuch, um Staub auf der Oberfläche des Bildschirmschutzes zu entfernen. Die Installation ist nun abgeschlossen. Schritt 12. Verwenden Sie den Tab 4 Film ab. Bis zum nächsten Mal.